Wie geht es Ihnen als Zuschauerin? Ganz gut geht es mir. Weil jetzt kann ich ganz entspannt einen Start betrinken. Ist das nicht schön? Der Maxi Schafer hat erzählt, dass Sie sich im Hofbräu getroffen haben, um alles ganz in Ruhe zu besprechen. Mach nicht so ganz in Ruhe. Ganz ehrlich, der Maxi, der braucht jetzt da keine Tipps oder so von mir inhaltlich. Da geht es meistens dann immer um so praktische Sachen. Ich habe zum Beispiel gesagt, du musst verschauen, dass du eine eigene Garderobe hast, weil sonst bist du im Pulk vom Sing-Spiel und so. Genau so war es eher.